Und das ist der letzte Play-Off-Spot. Ja, so sieht es aus. Nochmal, Tim Stahlmann, bereit. So, get a miss. Auspett on the board. Nochmal, Stahlmann bereit. Die Flabe. Da ist Türo von der Linie. One, two, three, innings. Fastball high, swing and a miss. Late on the fastball. Change up, strike call. Go to first, strike out. Run sozusagen mit dem Manns Athletics. Da ist ein high, chopper Richtung first base. An die Linie, toss to pitcher, ganz kanal. Out. Groundball, change up. Zwischen third and shortstop. Base hit. For Danilo Weber. Von Tim Stahlmann. Fastball, groundball. Shortstop. Da ist Niki Weischau. Throw the first. Da ist das dritte South. Groundball up the middle. Base hit for Max Wall. Da ist der erste base hit für die Mainz Athletics. Ein change up. Der pitch von Jiro. High walk for Timi Kotowski. 3-1. Der pitcher, Berrein, left-hander. Inside. Ball four for Victor Foll. Jetzt base is loaded for the Mainz Athletics. Null out. Base is loaded. Marks Wall in third base. Timi Kotowski, second base. Victor Foll in first base. Kai Nauz. Jiro left-hander. Pitch. Strike call. Inside. Da haben wir die Mainzheim-Dogout. So I try the count. The pitch fastball. Inside strike call. Da ist strike out for Nick Mosher. Jiro left-hander. The pitch. Change up strike call. Centerfielder für die Stuttgart Reds. Ja. Und wenn wir Frontier League hören, denken wir an was? Stefan? Richtig. No doubter. Leffield. Oh, der ist gone. Ja, off the bat gone. No doubter. Von der Centerfielder. Ja. Das haben wir auch im Bad in Practice gesehen, Benny. Ich glaube, der ist bei mir gerade hier im Homeoffice am Fenster vorbeigesmogen. Richtig. Der war richtig tief, oder? Richtig. Die Sound of the bat ist anders bei ihm. Ja. Man hört das. Für den Stuttgart Reds. Bis jetzt 42 Pitches. 5 Strikeouts. 2 Walks. Line drive Richtung 2nd. Dive in play. Der Truss. Save at first. Also, Stelbe-Lupi-Gereichert. Bitte. Hint by pitch. Hint by pitch. An die Hand. Da sehen wir... Hint by pitch. Sagt jetzt der umpire. There goes Nikki to third. Ground ball. Zwischen first and second. Da ist der second baseman. Throw to first. Wie geht das jetzt für Xavi González? Wahrscheinlich ist es fastball, aber ein High-Fastball-Walk. Das war Xavi González das erste Walk heute für Tim Stahlmann. High-Fly-Bow, Richtung Center-Ride und it is gone. Home-Run für Danilo Weber, der Left-Fielder für die Stuttgart-Reds. 3-0 der Spielstand jetzt für die Stuttgart-Reds. Tim Stahlmann, Meter Nummer 3. Runners on the corner. The pitch, line drive, base hit. Da ist Kozuliwan mit dem Cutting Outfield. Und der Läufer an 1 bis zum dritten Base. Line drive, up the middle, base hit. Und run, RBI single. Tim Stahlmann, the pitch. Line drive, switch and center in left field. The ball drops against the wall. Base clearing double for Macias. Team Stahlmann. Ground ball, shortstop. Kann Niki Vajscher den Ball nicht fangen? Harte ground ball. Ball is in the gap. Und Danilo Weber, the second base. Sullivan Bride. Line drive, one hopper to Victor Foll. Aber der Wurf. Auf der Weg, leider. Das muss man ja sagen. Einer von vielen Brüderpaaren, die bei uns gespielt haben. Soft-Gram ball. Victor Foll. Throw to first. High throw. Safe at first. Und damit ein Runscore für die Stuttgart-Reds. Rielly bereit. Zwei strikes. Ball low. Und jetzt wild pitch. Wieder. No hand run. Jetzt für Stuttgart-Reds. Ground ball. Up the middle. On the line. Sorry. First base. Fair ball. Masse. Masse. Zwei. Und ein Double. Sein zweites Double heute. RBI Double. Fly ball. Tief. Left field. Und Saure hier. Home round für Xavi Gonzalez. Round in the bases. Masse. Hat gescored. No doubt. Home run. Xavi. Reilly. Sullivan. Pitch. Line drive. Ubert in second base. Base hit. Bist. Hive. Fly ball. Dice. T-Rals. Hive. Hive. Foul-Ball-Territory, out. Es ist das dritte Out, jetzt. Für die Meisters Athletics, Eric Keller ist jetzt in Leffield und Caelan Salomon in Centerfield. Richtig. Opposite Field, no doubter. Home Run. Von Maurice van Berge, Opposite Field, Home Run. Da ist noch, no doubter. Noch eins von Billy Jermaine. Richtung Leff-Center-Field. Und jetzt 6-0 für die Stuttgart Reds. Grumble zu Riley. Good recovery from Riley. Strike, recall, fastball. Und damit endet dieses Spiel. WX 17 zu 0 für die Stuttgart Reds.